Hallo, wir sind Reporter von Politik zum Anfassen. Wir haben heute am 25.04. zum Thema Warum ist es gut, kein Mädchen zu sein, in der Stadt ein paar Leute gefragt. Ich halte von Frauen eigentlich nicht so viel, weil ich weiß auch nicht, weil ich halte einfach nicht so viel von ihnen. Na ja, sind auch Menschen, was soll man davon halten? Männer sind schon wichtig, braucht man auch. Nicht wirklich viel. Frauen sind relativ anstrengend auf Dauer. Ich würde es ausnutzen und so viele Klamotten kaufen, wie ich könnte. Shoppen gehen, vielleicht einen Mann ausnutzen. Was würde ich denn tun? Ich würde mich erstmal rasieren. Und, äh... Wahrscheinlich würde ich den ganzen Tag schreien. Eigentlich großartig anders, würde ich jetzt mal sagen. Na ja, eigentlich nicht so viele, finde ich. Können wir Frauen auch all das, was Männer können? Ich finde jetzt auf die Schnelle kein... Man hat teure Schwur vielleicht. Und, ähm... Gar keinen. Man muss keine Babys kriegen. Ähm, Vorteile, also man wird auf jeden Fall bevorzugt, in der Schule auf jeden Fall. Ähm, und... Man kann auch leichter Leute überzeugen, äh... die gleiche Meinung zu teilen, wenn man eine Frau ist. Okay. In den Befragungen sind wir dazu... zu dem Erkenntnis gekommen, dass... dass es zwischen den zwei Geschlechten viele Vorurteile und Unterschiede gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wir hoffen, Sie schalten nächstes Mal wieder ein. Es ist ein Politik und es ist ein Anfasen. Politik und es ist ein Anfasen. Politik und es ist ein Anfasen. A.V.